Dass die Beerdigung von Vera Tschechowa persönlich stattfand, war für Familie, Freunde und Fans ein wichtiger Anlass, sich an sie zu erinnern und sie zu ihrer letzten Ruhestätte zu schicken. Millionen Zuschauer auf der ganzen Welt waren über ihren plötzlichen Tod traurig und nahmen an diesem Tag an der Trauerzeremonie teil. Der Tod von Vera Tschechowa ist nicht nur ein großer Verlust für ihre Angehörigen, sondern auch ein Schock für die gesamte Künstlerschaft und Filmfans. Die Fans weinten viel über den Abgang von Vera Tschechowa. Das liegt nicht nur daran, dass sie eine talentierte Schauspielerin, Regisseurin und Produzentin verloren haben, sondern auch daran, dass sie eine liebevolle und herzliche Frau verloren haben. Für viele Menschen ist Vera Tschechowa nicht nur ein Symbol der Filmkunst, sondern auch eine Freundin und Lebensgefährtin. Tatsächlich hat der Verlust von Vera Tschechowa überall eine Welle des Schmerzes und der Trauer ausgelöst. Ihre Fans empfanden diesen Verlust als Teil ihres Lebens und ihre Beerdigung war für sie eine Gelegenheit, ihre Trauer auszudrücken und den Angehörigen ihrer Familie und Freunden ihr tiefstes Beileid auszudrücken. Vera Tschechowa hat ein unschätzbares Erbe in den Herzen der Fans und in der Filmindustrie hinterlassen. Ihr Leben und ihre Karriere haben Millionen von Herzen erobert und unvergessliche Erinnerungen geschaffen. Auch wenn sie nicht mehr da ist, werden die Liebe und der Respekt für sie für immer bestehen bleiben und von Generation zu Generation weitergegeben werden. Aus tiefstem Herzen senden Vera Tschechowas Fans und Kollegen ihre tiefsten Gedanken und letzten Abschied. Ihre Beerdigung verlief feierlich und rührend, eine Gelegenheit für alle, ihrem Leben und ihrer Karriere Respekt und Dankbarkeit zu erweisen. Die Beerdigung war nicht nur ein Tag der Tränen und des Schmerzes, sondern auch eine Gelegenheit, auf Vera Tschechowas große Erfolge in der Filmbranche zurückzublicken. Die Filme, in denen sie mitwirkte, die Rollen, die die Herzen der Menschen eroberten, und die Spuren, die sie in den Herzen des Publikums hinterließ, werden bei dieser Beerdigung in Erinnerung gerufen und geehrt. Die Familie von Vera Tschechowas durchlebt eine Zeit unbeschreiblicher Trauer und Verluste. Die Beerdigung ist für sie nicht nur eine Gelegenheit, sich endgültig von ihren Lieben zu verabschieden, sondern auch eine Gelegenheit für sie, Unterstützung und Beileid von Freunden, Kollegen und Fans von Vera Tschechowas zu erhalten. Aber trotz ihrer räumlichen Distanz werden Vera Tschechowas Geist und Liebe für immer in den Erinnerungen und Gedanken derer weiterleben, die sie liebten und respektierten. Auch wenn sie nicht mehr da ist, wird das kulturelle und künstlerische Erbe, das sie hinterlassen hat, immer noch bestehen und ihre Stärke und ihren positiven Einfluss auch auf zukünftige Generationen übertragen. Die Beerdigung von Vera Tschechowas verlief feierlich und emotional. Dies ist eine Gelegenheit für Millionen von Fans, zusammenzukommen, um sich an diesen talentierten Künstler zu erinnern und ihn an das Ende seines Lebens zu schicken. Ihr plötzlicher Verlust hinterließ eine große Lücke in den Herzen der Fans und in der deutschen Filmindustrie. Überall empfanden diejenigen, die Vera Tschechowas liebten, Trauer und Trauer über ihren Tod. Sie erinnern sich nicht nur an ihre künstlerischen Leistungen auf der Leinwand, sondern auch an ihre starke Seele und ihren starken Geist. Die Beerdigung war für sie eine Gelegenheit, alles zu feiern und zu ehren, was sie zum Leben und zur Kunst beigetragen hatte. Die Familie und Freunde von Vera Tschechowas stehen vor der schwierigen Herausforderung, den Verlust ihres geliebten Menschen zu verarbeiten. Die Beerdigung war nicht nur ein Ritual zum Abschied, sondern auch eine Gelegenheit für sie, ihren Schmerz und die Erinnerungen an ihre schönen gemeinsamen Momente zu teilen. Obwohl Vera Tschechowas diese Welt verlassen hat, wird das kulturelle und künstlerische Erbe, das sie hinterlassen hat, für immer in den Herzen der Fans weiterleben und ist ein untrennbarer Teil der deutschen Kinogeschichte. Ihre Gefühle und Erinnerungen werden bewahrt und über Generationen weitergegeben, um eine großartige Künstlerin zu ehren und in Erinnerung zu halten. Abseits der feierlichen und rührenden Beerdigung teilten Millionen Fans auf der ganzen Welt auch den Schmerz der Familie und Freunde von Vera Tschechowas. Auch wenn sie nicht persönlich anwesend sein konnten, drückten sie dem Künstler auf ihre Weise ihr Beileid und ihre Anerkennung aus. Social Media Beiträge, geteilte Nachrichten und Erinnerungsbilder sind für sie Möglichkeiten, ihr Beileid und ihre Erinnerung an Vera Tschechowas auszudrücken. Der plötzliche Tod von Vera Tschechowas schockierte nicht nur, sondern löste auch eine große Welle der Trauer in der Künstlergemeinschaft und im Publikum aus. Dies ist eines der größten Probleme, mit denen die deutsche Kinobranche in letzter Zeit konfrontiert war. Die Liebe des Publikums zu Vera Tschechowas beruht nicht nur auf ihrem künstlerischen Erfolg, sondern auch auf den menschlichen Werten, die sie in jeder Rolle und in ihrem Leben stets unter Beweis stellt. Die Beerdigung von Vera Tschechowas ist nicht nur eine traditionelle Zeremonie, sondern auch ein Anlass für die gesamte Künstlergemeinschaft und das Publikum, sich an diese talentierte Künstlerin zu erinnern und ihr abschließend zu danken. In einer traurigen und emotionalen Atmosphäre führten sie gemeinsam Vera Tschechowas auf ihre letzte Lebensreise, doch in ihren Herzen wird sie für immer mit Erinnerungen und ewigem... Warum macht man sowas? Man hätte die Schüler auch Plakate erstellen lassen können oder Präsentationen halten. Präsentiert haben sie die Texte auch oder die Ergebnisse. Aber warum lässt man sie das in einem Wiki machen? Da gibt es verschiedene Gründe. Die wird es im Einzelnen mal ansprechen. Hier sehen wir beispielsweise einen Ergebnistext von Schülern. Wie baut man eine Burg? Da wurden Texte geschrieben, da wurden Bilder eingefügt, die Quellen wurden angegeben, woraus die Texte oder die Informationen entnommen wurden. Hier sieht man eine Diskussion zu einer Seite Burgen, die Sie gerade gesehen haben. Jede Wiki-Seite hat ja neben der Seite, also neben den Inhalten, auch eine zusätzliche Diskussionsseite, in der man diskutieren kann. Die haben wir folgendermaßen genutzt. Der Geschichtslehrer Axel Ohnesorge hier, der hier als Axel Ohnesorge auftaucht, der Geschichtslehrer hat immer mal wieder in die Texte der Schüler geschaut. Das wurde in einem längeren Zeitraum erstellt. Immer wieder reingeschaut und hat Rückmeldung gegeben. Also beispielsweise hier, dritte Rückmeldung, hallo, ich finde es toll, dass ihr zwei Bilder auf eurer Wiki-Seite habt und sie selbst fotografiert habt. Außerdem hat mich die Labelle beeindruckt. Nur den unteren Teil, Burgbau, hat mich etwas irritiert und so weiter. Oder hier, vierte Rückmeldung, bitte schreibe eine Einleitung. In deiner Einleitung könntest du zum Beispiel schreiben, warum der Bau und so weiter und so weiter. Also der Lehrer hat die Möglichkeit, während des Erstellungsprozesses immer mal wieder zu schauen, wo sind gerade einzelne Schülergruppen, was haben sie schon gemacht und ihnen Feedback geben, weil sie noch verbessern können. Also der Erstellungsprozess wird nachvollziehbar, unter anderem für den Lehrer, aber auch für andere Schüler. Also wir haben auch die anderen Schüler angeregt, immer wieder zu schauen, was die anderen jeweils machen und Feedback zu geben. Dann haben wir den Schülern auch gesagt, korrigiert Texte auf Rechtschreibung. Also Sie können sich vorstellen, was passiert, wenn Schüler Texte schreiben, jede Menge Rechtschreibfehler. Das passiert und das wollten wir auch nicht verhindern, sondern die Texte, die jetzt hier online erstellt wurden von Schülern, die wurden immer wieder von anderen Schülern gegengelesen und korrigiert. Jetzt kann man in dem Wiki Folgendes machen, jetzt kann man in dem Wiki Versionen vergleichen. Das heißt, man vergleicht zwei Versionen, die heutige Version und die von gestern beispielsweise, und dann wird automatisch angezeigt, was sich geändert hat.